Kurz bevor er dann los macht, gibst du ihm noch die Kamera, ok? Kannst du ihn geben? Ja, ihn geben dann. Gebe ich mir, ja. Guck mal, die Kamera läuft. Ich geh weg. Ich geh weg, bitte. Du machst das super, das sieht echt gut aus. Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ok? Ja, du bist super. Komm, wir machen das gemeinsam, gemeinsam mit der Kamera. Geh mir runter, in die Knie, du machst das super, du machst das super. Das ist auch das Schlimmste, hast du super gemacht. Und jetzt strecken, 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 strecken! Kleinen Moment, drücken durch, drück durch. Warte, Ricky, mach mal locker, mach mal locker. Mach mal locker. Mach noch mal locker. Mach noch mal locker. Mach noch mal locker. Mach noch mal locker, Schett. Mach mal die Knie locker, mach noch locker. Dein cool, das war das Stimmste. Jetzt das andere ist ganz gespannt. Ach, bin ich noch gar nicht dort. Ja, das war's. So, Körperspannung halten. Ja, genau so. Genau so. Halt ruhig. Ach du Scheiße. Das darfst du schreien. So, Arme nach hinten. Nee. Doch, sonst kommst du nicht an. Was? Sonst wirst du über Wasser stehen. Wohin? Wohin musst du die Arme machen? So, es geht gleich los. So, hier reinpassen. Hier rein. Ich halte hier fest. Ja? So, die Arme sind nicht dran. Ja? Alles klar. Nicht nach außen schwenken. Nicht nach außen schwenken. Okay, nach vorne. Jawohl. Andreas. Ich bin hier. Ich liebe dich. Ja, ich dich auch. So eine schöne Worte. Feuer frei. Warte mal. Sei rot, hab eine 5.4. Ihre de Norm ist. Sei grün, hab eine 7.1. Wenn ich unten einkomme, heirate ich dich. Ja, mach mal. Feuer frei. Wir machen einen kurzen Prozess. Wir schicken euch einfach los. Ja, ciao. Hey. 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 Wuuuuh! Geil! 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 Einmal liegen bleiben bitte! Wie war dein Buch? Einmal frei! Sehr schön! Jetzt hast du aufstehen! Okay! Alles schick! Läuft noch deine Kamera aus! Geil! Kannst du mal hoch filmen wo der Haykommen ist? Siehst du deine Strecke nochmal? Inklusive Stadtturm? Ja, da oben hoch! Ach du! Was ist denn da los? Oh du Scheiße! Du hast es geschafft! Hut ab du! Oh Gott! Ich bin unten, oder? Ja! Ja, ich bin unten! Einmal die Treppe runter vom Fuß schauen, der holt euch aus die Klamotten! Geil! Meine Bilder! Meine Bilder! Mein Lieber, alles gut? Alles schick! Halt dich kurz fest, komm erstmal in Ruhe an meine Liebe! Hast du es geschafft? Adrenalin pur! Ja! Ja! Ja!